Hallo ihr lieben Leute und bei einer relativ aufregenden Musik geht es weiter mit Monkey Island. Oh ja Leute, es ist wieder Monkey Island Zeit. Aber wir gehen jetzt erstmal weg hier. Wir können hier leider nichts mehr machen, haben wir ja schon festgestellt. So, wir hätten hier noch Haus vom Gouverneur. Die Klippe, da können wir ja auch nichts mehr machen. Ich geh aber trotzdem kurz hin. Hier war nichts weiter. Und der große Baum, in dem wir noch nichts machen können. Es ist ja leider das Paddel abgebrochen. Ach, verdammt. Oh, hier ist noch nichts weiter. Ah, natürlich sind draußen jetzt erstmal die Hunde wieder laut. Ganz normal. Oh, man hört es sogar in der Aufnahme. Oh. Diese Hunde, ey. Ja, wir gucken mal noch mal in der Videobeschreibung. De La Booty, oh Gott, ich kann nicht mehr aussprechen. Oh Gott. So. Ja, mit den guten Herrn. Mal reden. Vielleicht weiß er ja was. Hallo wieder. Du sprichst mit mir, Junge? Ich habe einfach hier vorgekommen, um mal wieder Hallo zu sagen. Oh, ja. Äh, ist denn schon Faschingszeit? Ist das der richtige Zeit für Mardi Gras? Son, it's always Mardi Gras on Booty Island. I used to be the governor of this island. But I never had any time to come down here and enjoy the party. So, I quit. And now I watch out for the mailboat. Which reminds me, I have to get back to work. We'll talk about him again. You again? Still mumbling, I see. Ähm, wenn Sie nicht die Kanone feuern. Sie haben nicht zufällig einen Bruder namens Marty. You don't have a brother named Marty, do you? Boy, the only Marty I know is Mardi Gras. Who? Mardi Gras. A joke, boy, a joke. You are here for Mardi Gras, aren't you? Yep. Can't talk now. Having too much fun. You kids today. Always on the go, go, go. Bibliothek gehen. Vielleicht finden wir da ein... Where do you want to go? Ähm, an der Fettle-Eile bitte. Vielleicht finden wir ein Buch in der Bibliothek? Wo, ähm, das Spucken irgendwie näher erklärt wird. Ähm, müsste ja unter S stehen für Split. So, ach ne, wir müssen ja von hinten mal gucken. Chirurgie, Subtraktion, Teilüberschriften, Dummheit, wer durch die Wand geht. Ähm, Spirituelles, Rauf ins Krähen, das Spür, das ist Gabe des Ex-Menschen. Solitaire, Einwanderwege, Solitaire zu spielen. I'm a Toothworld. Soziologie, Sozi-Sozial-Darwinismus-Neiden. Slang, Piraten, ne, Haltmann, Sprache. Sünde, die sieben Todessünden. Sünde, hinter dem Zahnstein. Schiffswrack, Unglücke. Ähm, moderner Schiffsbau. Oh, Haie, die Pillarset, Tiefe, Selbsthilfe, Selbsthilfe, Skip Island, Lachs, Lachse und Weckeran, Segeln und Segeln. Ähm, I've had it with this card catalog. Ähm, okay, das schon mal nicht. Wir gehen mal vielleicht für ein bisschen mehr durch. Rüttcher, Freundschaft, Frühstück, Körper, ungewöhnliche Geburtsmale. Biografie, hoch. Äh, Biografie, wie ist das? Äh, mal nehmen wir da. Goldene Löffel. Handvoll Krebse. Aha, mit vollen Händen, leeren Händen. Big, whoop. Getränke für den Hausgebrauch. Wo war das jetzt hier, ne? Irgendwo? Hier? Hier. Äh, Idealismus. Äh, unschärfete Kunst. Anmerkungen, Animatronik. Äh, was haben wir hier Schönes? Hunde, Krankheiten auf See, faszinierende Fakten, Unglücke, äh, Kryptografie, Querverweis, Basteln, äh, klebrig, klebriges für den Heimgebrauch, Merkenswerke, Kochrezepte von Piraten für Piraten. Nä. Sammlerstück. Klassiker, bedeutende Auswürfe. Klassiker, bedeutende Auswürfe. Great Expectations. Hm, ich muss das erinnern. Vielleicht können uns das ja auch helfen. Äh, Kinderbücher. Moment, ich hab noch ne andere Idee. Bevor wir uns die Bücher ausleihen, das wird ja gespeichert, dass wir uns das gemerkt haben. Ähm, wir gehen mal kurz zu Dreadship. Ich hab noch ne andere Idee. Wo willst du gehen? Wir gehen mal nach langer Zeit wieder zurück nach Scab. Mit der Reggae-Musik. An Zeus vorbei. Ach, nee, Poseidon war's ja. Genau. Poseidon. Nach Süden und nochmal zu Poseidon. Hallo sagen. Und anschließend geht's. Zwischen den Bs. Durch das B. Über die Taube. Durch das Meer. Oh ja. Nochmal zurück. Einfach weil's geht. Wir richten quasi Schaden auf Budi an. Merken aber, dass es falsch war. Wir sollten vielleicht doch zum gehörnten Fisch. Und anschließend rechts. Und vielleicht sind wir dann bei Scab Island. Das tut mir leid für diese schlechte Asynchronität. Ich geb mein Bestes. Ähm. Der... Bro hier. Der gute Brudi. Ähm. Der vertickt doch Drinks. Äh. Was... ...da... ...heck? Oh, okay. Heading. Entschuldigung. Ja, boi? Largo Le Grand has left Scab Island for good. Well, well, I guess all those laxatives I was slipping into his drinks, finally got to him. What? Don't worry, I don't put him in all the drinks. Äh, ja, ich habe einen Krok. I'll need to see some ID for that. Das ist immer ein Proto für die Tauz, was ich. Let me see it. Freelance? Is that anything like a sanitary engineer? Ja, nicht ganz. Well, all right. Can I get you that drink now? Yo, den könnte ich jetzt wirklich brauchen. Ähm. Komme ich später wieder Beinagok rein? Ja. Ich könnte wirklich use it. Oh, was war das? Name your poison. What do you got? Well, we have some specialty drinks here at the bloody lip. Like Yellowbeards Baby, bloody Stumpf and Blue Whale. Nehmen ein Dotterbards Liebling. Geben sie mir einen blutigen Sumpf. Mixen sie mir einen Blue Whale Deluxe. I'll have Yellowbeards Baby. Well, you can try, but I don't think nature's on your side. Hahaha. Just give me the drink, please. Hey, I have to crack jokes. It's a union thing. That'll be one piece eight. Okay. Here you go. And here's a complimentary crazy straw. We get all the new customers of the bloody lip. Können wir unser Inventar her? Ne. Okay. Name your poison. Give me your Blender Stumpf. Give me your Blender Stumpf. I can't. Chainsaws out of gas. Hahaha. Hilarious. Yeah, I crack myself up. That'll be one piece eight. Okay. There you go. Äh. I'd gerne noch den letzten Drink. Mix me up a Blue Ale. Sorry. Blender's not big enough. Hahaha. But seriously. That'll be one piece eight. Okay. There she blows. Nice place you have here. Well, see ya. Ähm. Wir haben jetzt die drei Drinks, okay? Das ist schon mal sehr gut. Wir bräuchten noch einen Gefäß. Yeah, boy? Können wir noch so ein Beinagrucken? Bartender, gib mir einen Drink. Name your Poison. Dann nehmen wir einfach mal hier dros. Oh, you haven't even finished the one you got. Come on, drink up. Okay. Wir haben aber auch nur die drei zur Auswahl, ne? Name your Poison. Ja. Come to think of it, I'm not that thirsty. Don't have the stomach for it, eh? Nice place you have here. Well, see ya. Jetzt interessiert mich immer noch, was der sagt da denn zu dem Affen. Er ist süß. Ich will ihn nicht stürzen. Ich will ihn nicht schmerzen. Ich will das nicht mit einem innozigen Monke machen. Okay. Okay, er kann auf jeden Fall gut spielen. Das muss man ihm lassen. So, okay. Jetzt haben wir drei Drinks. Mich dolcht. Wir können mit diesen Drinks einen Spucke-Trank mixen, der uns hilft, besser zu spucken. Ich erinnere mich auch vage, dass das wirklich ging. Aber das Problem ist halt, zum Glück haben wir uns ja die Bücher gemerkt. Dann geben wir jetzt einfach unsere Bücher, die wir haben, weg und besorgen uns dieses Getränkebuch. Äh, das war auf Head Island. So, ab rein da. Jetzt bin ich mal gespannt. Also wir haben uns das Getränkebuch ja schon markiert. Ähm, ich suche ein Buch. Okay, dann, ähm, geben wir mal... Moment, wo sind sie? Hier. Äh, stürzt du noch Ness? Wenn das war jetzt beim Bebt und irgendwie Piratenstarte. Der Stolz war noch Ness. Danke. Entschuldigung, Miss. Was willst du diese Zeit? Ich hätte gerne ein Buch, Bro. Was Buch hast du für? Ähm, Getränke für den Hausgebrauch. Das bräuchten wir. Bis sie sich freut. Okay. Okay, hier geht's. Das ist dein Limit. Du musst ein paar Bücher zurückgeben, bevor du noch mehr beobachten kannst. Beberage ist für alle. Du weißt, ich glaube nicht, dass es ein Mann, Frau oder Kind ist, der nicht ein liebiges Beberage genutzt hat. Sagten sie das nichts aus über die Getränke, die wir... Die wir... Eugh. Sssst. Eugh. This is a library. Und wenn wir... Hey. That didn't do much. Jetzt haben wir ein braunes Getränk. Eugh. Okay, jetzt haben wir einen braunen Drink. Der bringt uns aber anscheinend auch nix. Ähm. Der Spruchwertbewerb war ja auf... Booty, ne? Ja. Gehen wir mal zum... Ach nee, Moment. Der Spruchwertbewerb war hier. Ups. Rausgetappt. Und äh, weiter. Äh, vielleicht müssen wir auch einen grünen Drink mixen. It's a great day for spitting. Juices Maximus has returned. So. Spit away! Ähm. Better not blow it, man! Spit? That's gross. I'm out of here. Ouh, no, dry tongue at the last minute. Okay, ist auch interessant. Well, what about you folks? Just put your two drinks together and... No. It's a brown drink and a broken glass. Eugh. Come on. It's all paid for by Booty Island Parks and Rec. Ähm. Juices Maximus has returned. Der könnte uns vielleicht helfen. Und spuck. Okay, third place. Ich glaube, wir kriegen den zweiten Platz, wenn wir den richtigen Drink haben. Okay. Well, how about the rest of you? Okay. Everybody already has the necessary equipment. Okay. Okay. Dann brauchen wir... Ich weiß nicht... Ach Mist, wir müssen jetzt die Drinks irgendwie durchmixen. Wo willst du gehen? Es ist ein brauner Drink und ein broken Glas. Befehlungen für alle. Du weißt, ich glaube nicht, dass es ein Mann, eine Frau oder ein Kind ist, der nicht ein liebiges Befehl hat. Entschuldigung? Ja, Junge? Bartender, gib mir einen Drink. Ähm... Das... Und... Bartender, gib mir einen Drink. Nimm deinen Poison. Vielleicht hilft's ja. So... Schönes Ort, den du hier hast. Na, bis zum nächsten Mal. Es ist ein grüner Drink und ein broken Glas. Oh Gott. Oh Gott. Dieses Ding macht meine Spitze dick. Na dann, mach es raus! Kein Spitten in hier! Ja. Es ist wirklich... Es ist ein grüner Drink. Cool. Okay, cool. Wir haben es auch so rausgefunden. Ich weiß gar nicht, ob man dafür überhaupt irgendwo einen Hinweis kriegt. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hey, Leute. Grüner Drink funktioniert! Entschuldigt. Das werde ich wahrscheinlich wieder rauscutten. Ähm... Das lautet... Ähm... Ich war auch schon ein paar Mal kurz davor zu... Hüsten. Oder eher zu Hüsten. Oder eher zu Hüsten. Das ist mehr nett zu sagen. Ähm... Booty. So, dann können wir jetzt auf jeden Fall gewinnen. Sehr schön. Dann haben wir wenigstens was in dem Part erreicht. Ein bisschen rumexperimentiert, aber wir haben was erreicht. Na komm. Komm! Es ist alles bezahlt von Booty Island, Parks und Rec. So, dann machen wir mal den hier. Boi. Dieses Ding macht meine Spitze dick. So. So. He's returned. So. Schürft, schürf! Schürt, schürt, schürt.... Nein. Jawoll. Wir haben etwas unglaublich hier heute gesehen. Ich begrüße Sie und gebe Ihnen diese gute, commemorative Placke. Way to go, Juicis! Kommt, wir geben ihm eine Hand. Natürlich gibt es noch mehr Prizes für die resten, so wie geht es, Gang? Du denkst, Spitting ist gross? Ich erzähle dir, was gross ist. Das Spickle ist gross. Es ist eine Placke mit einer wunderschönen Gaube von etwas auf es. Äh, können wir? Nein, können wir? Nein. Wäre zu einfach. Das doesn't seem to work? Okay. Okay. Wir haben einen kleinen Schlüssel. Wir haben eine Menge Stuff. Wir sind zu einfach. Die sind für die Booty Island Parts und Rack. Aber die Frage ist, wie kommen wir denn jetzt... Wo können wir denn jetzt irgendwie Kleber herkütteln? Es gab doch ein Buch für klebrige Substanzen, oder? Vielleicht sollten wir das nochmal nachschauen. Ich kann mich entsinnen, es gab ein Buch für klebrige Substanzen. Wo solltest du gehen? Äh, nein, wartet. Äh, wir wollten nachher. Der Part ist eigentlich gleich zu Ende in 10 Sekunden. Äh, 8. Äh, in... ...in... ...Jetzt eigentlich, aber wir machen uns so länger. Hm. Ich bin es vielleicht nur, ob es das Buch gibt. Irgendwie... Ähm... ...Sticky... Äh, Subtraktion, Teilüberschriften, Dummheit, Spiritalis, Spiritalis, Solitär, Soziologie, Slang, Piraten, Sünde, Sünde, Schiffswracks, Schiffbau, Haie, Selbsthilfe, Ohne Menschenfleisch, Leben, Selbsthilfe, Piramens, Gap Island, Lachs, Segeln und Segeln. Habe hier eigentlich was interessantes gehabt, gleich am Anfang irgendwie, Frühstück, Körper, ungewöhnliche Geburtsmale, Huch, Biografie, 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 noch mehr Biografien, Fröhnhänden mit leeren Händen, Legwub, Getränke für den Hausgebrauch, ähm, sieht mir nicht so aus, hier was drin, Hunde, Krankheiten auf hoher See, faszinierende Packen, ähm, Totologie, Querverweis, Basteln, Klegierte Augenklappen, Klebriges für den Heimgebrauch, kochen, kochen was, ok. Viscus Fluids, du kannst zu Hause machen. Hmm, ich muss das immer noch erinnern. Danke. Und diesmal möchten wir ein Buch? Welches da heißt Lieblings für den Heimgebrauch? Da kommt sie weg, da geht's wieder rein, findet das Buch, kommt zurück. Okay, hier geht's. Das ist dein Limit. Du musst ein paar Bücher zurückgeben, bevor du noch mehr beobachten kannst. Viscus Fluids, du kannst zu Hause machen. Das ist ein ziemlich hilfreiches Buch. Ich bin nicht sicher, warum ich es beobachte. Ich denke, das würde sehr sportlich sein. Ich denke, das würde sehr sportlich sein. Okay, wir können also nicht angeln. Können wir hier sonst noch was machen außer so? Ne, ne? Ne. Äh, und wenn wir nochmal in die Kasse hier gehen? Der Typ ist ja weg. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung hab. Ich stehe gerade leider auf dem Schlauch. Ja, der ist weg. Hier gibt's auch nichts zu tun. Okay. Oh Gott. Jetzt höre ich ein Stück auf. Äh, ist in der Gasse vielleicht noch irgendwas? Was willst du denn, Junge? Äh, Gewinnzahlen? Wer sind sie? Und was machen sie da drin? Ich kaufe diese tollen Lederjacken. Ich bin echt garbar. Auch meine ich hab Durchsuchungsbefehl. Wer bist du und was machst du da hinten? Ich bin Bruno. Und das ist nichts von deinem Geschäft. Geh verloren! Okay. Okay. Bruno! Okay. You again? Okay. Äh, schon mal von dem Legenden von Mechlichen Guybrush gehört. Äh, hier gibt's auch nichts zu tun, ne? Ne. Okay. You are starting to annoy me. Open up! This is the raid! Get lost! Schade. What? Ähm. What's the next winning number gonna be? Sorry, pal. The casino is closed. Schade. Come back tomorrow. Okay, gut. Dann würde ich sagen, in der zwielichtigen Gasse hier werden wir dann auch mal die Part beenden. Da haben wir wirklich nichts zu tun, oder? Schade. Ja, dann hoffentlich kriege ich spontanen Geistesblitz beim nächsten Mal, ansonsten sieht's echt schlecht aus. Mir gehen so die Ideen aus, was man machen könnte. Huh, du Puppe. Hey! Piratenhut. Hey! Naja. Vielleicht fällt uns beim nächsten Mal was schönes ein. Das scheint nicht zu funktionieren. Das ist eine Plakke mit einem wunderschönen Gasse von... etwas auf dem. Ähm. Ähm. Ich könnte mich auf den brokenen Ecken schmerzen. Das scheint nicht zu funktionieren. Okay. Das scheint nicht zu funktionieren. Okay. So, hier haben wir noch... ...Daleleuchtung-Linser. Okay. Dann können wir auch noch irgendwas machen, oder wir nicht weiß, was wir damit machen sollen. Ähm. Das. Das. Ähm. Spiegel. Ach, mal gucken. Gut, Leute. Dann war's das für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst Kritik, Kommentaren und Bewertungen da. Für den Fall, dass ihr keine Folgen verpassen wollt, drückt auf Abonnieren. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin. Peace out. Euer RaccoonStairPlayer. Und ciao.